Hallo! Äh, guten Morgen, passt glaube ich nicht mehr so richtig. Wir haben es nämlich schon, viertel nach elf? Oh Gott. Und ich liege immer noch im Bett. Keuja liegt immer noch im Bett. Nein, Keuja war schon wach. Wir haben alle schon geduscht. Also Mia hat gebadet, Keuja und ich haben geduscht. Und Ben hat Katzenwäsche gemacht, den können wir ja nicht duschen. Ähm, ja, es ist ein bisschen kompliziert jetzt, dadurch, dass Ben, ähm, auch nicht mehr robben darf oder so. Also, er hat sich da jetzt so mit abgefunden eigentlich, dass er wenigstens robben darf oder so, sich bewegen darf ein bisschen. Ja, ist alles ein bisschen blöd. Er liegt jetzt hier gerade auf dem... Ja, die beiden machen Quatsch. So, heute ist übrigens Tag X. Tag X bedeutet, heute kommen unsere Katzen. Ich muss mal kurz die Kamera erstmal so richtig hinmachen, dass ihr mich auch sehen könnt. Ja, heute kommen unsere Katzen. Um 14 Uhr müssen wir da sein und die abholen. Hört mal auf, bitte. Ich bin schon so ausgeregt. Mama. Mama. Hört mal auf. Nö. Bitte. Mama, ich bin jetzt besser. Also, wir haben heute schon, also wir vor allen Dingen, ich habe heute schon unten die komplette Etage... Was habe ich den ganzen Tag gemacht? Nee, du hast dich um Ben gekümmert, aber du hast nicht aufgeräumt. Du hast deinen Kaffeebecher noch unten stehen lassen. Ja. Jedenfalls habe ich unten die komplette Etage schon aufgeräumt. Ähm, die ist fix und fertig. Ich müsste eigentlich noch wischen, aber das lasse ich jetzt erstmal. Das wird überbewertet, merkt sowieso keiner, sieht nach einem Tag genauso wieder aus. Und jetzt ist die obere Etage dran. Ben, geht's dir gut? Geht's dir gut, Ben? Ähm, genau. Jetzt muss ich die obere Etage aufräumen. Ich nehme euch da jetzt nicht mit, weil jetzt einfach, ich muss das schnell machen, weil wir haben ja jetzt ja nur noch anderthalb Stunden Zeit ungefähr, bis wir los müssen. Wir wollten so gegen eins ungefähr los. Mia ist unten und hört, ähm, Benjamin Blümchen als Reporter, glaube ich. Ich habe mich mitgehört. Und spielt Barbie. Und ja, ich räume jetzt hier erstmal alles auf, weil ich bin schon so aufgeregt. Und wir müssen halt gucken, was wir noch alles machen. Und eigentlich hatte ich das gestern schon geplant, das Aufräumen. Aber irgendwie ist das ja alles durcheinander gekommen. Und nochmal zum Thema, Keuer hilft mit beim Aufräumen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber seht ihr den ganzen Zucker hier? Und siehst du, was ich da alles weggeräumt habe aus der Kiste? Ja, aber trotzdem, du, guck mal, wie es hier aussieht. Naja, ich räume das jetzt alles erstmal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder bald. So, die, ähm, Wohnung ist einigermaßen aufgeräumt. Keuer hat jetzt für Ben die Karre hochgeholt. Wir hatten noch eine andere Karre. Ja, wir haben keine Nanis mehr. Da. Ja, ich weiß. Haben wir aber nicht. Ben sitzt jedenfalls in der Karre. Und, ähm, ich habe eben gerade noch schnell was zu essen gemacht. Warte, mich. Ich habe eben gerade noch was zu essen gemacht. Und zwar Nudelauflauf. Ähm, einfach nur Maggi-Fix-Tüte und fertig. Und, ähm, der ist jetzt auch fertig. Also, der ist jetzt fertig. Wir können jetzt essen. Und nebenbei habe ich gerade auch noch das Video geschnitten. Also, alles so nebenbei. Und wir müssen nämlich aufpassen, weil meine Mutter passt nämlich nachher auf Ben auf. Und wir müssen so ungefähr in einer Stunde los. Die Katzen holen. Yeah! Und Mia möchte unbedingt mitkommen. Die darf dann halt mit zum Katzen abholen kommen. Und, ähm, Ben muss halt Mittagsschlaf machen. Und deswegen dachten wir, er macht dann halt bei meiner Mama Mittagsschlaf. Er hat so einen Hunger auf Nani. Aber wir haben keine Bananen momentan. Gestern alle, gestern Abend gab es alle, die wir noch hatten. Und, ähm, genau. Deswegen müssen wir jetzt was essen. Und, ähm, dann rückt die Zeit, Moni. Ja, bald haben wir unsere Katzen. Und, ja, wir essen jetzt erstmal. So, wir haben uns fertig gemacht. Es war gerade noch ein bisschen, ähm, chaotisch. Ich habe Ben quasi zu meiner Mama gebracht. Die waren aber noch nicht da. Also, die kamen so kurz nach eins. Und, ähm, eigentlich schläft Ben immer bei meiner Mutter auf dem Bett. Und da ist mal das Problem, dass er halt runterkullern kann, ne? Und, jetzt haben wir es so gemacht. Also, ich hatte die Idee, ich war nämlich nochmal kurz auf dem Klo bei meinen Eltern. Und dann dachte ich mir, da war es so schön warm. Ich könnte Ben ja auch einfach in die Badewanne legen. Grün. Was? Ich könnte ihn auch einfach in die Badewanne legen. Und dann habe ich quasi, ähm, so einen Teppich. Also, hier so einen, ja, so einen Teppich fürs Badezimmer reingelegt. Und dann halt zwei Kissen, dass er das richtig schön bequem hat. Und er schläft so bis zu unserem Schlafsack. Und, ja, jetzt liegt er in der Badewanne bei meinen Eltern. Und da kann er halt nicht, ähm, rauskullern. Hast du noch ein Foto gemacht? Nee, aber ich habe meiner Mama gesagt, du soll ein Foto machen. Wenn ja, dann blende ich euch das jetzt hier ein. Auf jeden Fall sind wir, ähm, auf dem Weg. Äh, jetzt die Katzen abholen. Mia, bist du schon aufgeregt? Ja. Kann ich aber eine Katzen gleich streicheln? Du darfst die auch gleich schon streicheln, ja. Mia freut sich schon ganz doll. Und ich mich auch. Darf ich dann das Ding teilen? Nee, das hätten wir mal lieber. Aber wir haben hier eben das, äh, den Transportkorb noch, ähm, mitgenommen. Und haben da so ein Handtuch reingelegt. Und auch nochmal so eine Kuscheldecke. Dass die schön kuschelig haben. Und, ja. Und ich habe auch schon reingelulut, ähm, mit dem Katzenklo finden. Ja, genau. Äh, ich glaube, das nächste, was ihr jetzt sehen werdet, sind dann unsere Katzen. Miau, miau. Ja. Du kannst ruhig later reden. Miau, geh mal zur Seite. Sheila, mach Platz. Miau, da muss ich ran. Sheila Bettchen. So, sie sind da. Nee, lass das mal offen, Mia. Äh, lass das ruhig mal so, bitte. Die müssen jetzt als erstes Pipi machen. Sheila ist ein bisschen aufgeregt. Schatz, süß. Miau, was habe ich denn gerade gesagt? Miau. Okay, erst ein bisschen traut sich mehr, irgendwie, ne? Da ist er. Na, geh hin, Sheila. Guck mal. Vorsichtig. Sheila, lieb sein. Sheila, wir schnüffeln. Ja, geh mal gucken, wo sind die Katzen? So, wir sind zu Hause, die Katzen sind da und, ähm, die Fahrt war total entspannt. Also, die haben geschlafen. Ich brauche nicht flüstern mir. Ja, auch wegen den Katzen, die brauche ich doch nicht flüstern. Mia sagt, ich muss flüstern. Ja, auf jeden Fall, die Fahrt war total entspannt. Ähm, jetzt haben wir die zuallererst aufs Katzenklo gesetzt, damit die quasi ihr Katzenklo sehen. Und, ähm, ja, Sheila ist hier auch die ganze Zeit und, ähm, läuft hier rum. Also, und guckt sich die an. Und wir wollen die halt gar nicht, ähm, voneinander trennen, sondern dass sie sich halt sofort, ähm, halt kennenlernen, ne? Sheila ist natürlich total neugierig und will die ganze Zeit hin. Die Katzen sind total gechillt, weil die haben da halt auch zwei große Hunde. Und, ja, also eigentlich brauchen wir da keine Bedenken haben. Ich werde jetzt nochmal das Fressen hinstellen. Dann muss Sheila natürlich auf ihr Bettchen gehen, damit die, ähm, in Ruhe fressen können. Damit die das alles wissen. Aber als erstes wissen die jetzt erstmal, wo das Katzenklo ist. Und, ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also, der Ben ist ganz begeistert von den Katzen und lacht die ganze Zeit. Meine Mama hat gerade eine auf dem Arm. Ich hab ihr sie gegeben. Das ist die helle Katze. Ja. Die junge Katze ist da ganz hinten und wackelt. Genau, die ist da irgendwie hinterm Schreibtisch oder so. Ja. Die darf da runterspringen. Ja. Die ist schon die, die ist schon die Kappe hoch. Genau. Ja, Ben will sich die ganze Zeit hier abschneiden und wir am liebsten hinterher rennen, ne? Aber das geht nicht. Du musst da sitzen bleiben. Und der Papa guckt wie immer Fußball. Guck mal, da ist so eine Kranke. Er sieht nicht so glücklich aus. Da ist so eine Schrappelin. Und seht ihr den ganzen Nebel da? Das ist alles von Koyas Dampfer. Liebling, lach mal. Also die Katzen schlafen jetzt im Katzenklo. Die kuscheln da total rum. Und Papa macht schon wieder Feuer mit Ben. So und ich wollte jetzt einkaufen gehen. Und dann ist mir eingefallen beim Einkaufszettel schreiben, dass wir noch gar keine Eier gefärbt haben. Morgens Ostern. Und wir haben keine Erz. Ja, auf meinem Handy da schon. Ja, toll. Ich will gar nicht sehen, was du auf deinem Handy hast. Auf jeden Fall sind wir da nicht zugekommen durch diesen ganzen Stress mit Ben und so. Deswegen werden wir noch mal Eier kaufen. Und ich hoffe, ich habe noch Farbe. Muss ich gleich noch mal hier oben nachgucken. Ich habe hier so eine Kiste. Aber ich glaube, da müsste ich noch Eierfarbe haben. Und danach wollen wir eigentlich aufs Osterfeuer gehen, wenn das Wetter dann halt, wenn es gerade nicht regnet. Die Katzen lassen wir jetzt hier allein. Die schlafen ja einfach. Die gehen ja auch nicht weit weg oder so. Und können sich hier auch nicht wehtun. Ach, im Backofen. Im Backofen. Und ja, hier haben wir voll vergessen, Eier zu färben. Das müssen wir dann heute Abend noch machen, damit der Osterhase noch die gefärbten Eier dann verstecken kann. So, alles eingekauft. So, auf dem letzten Drücker ist es jetzt nicht 19 Uhr und drei Minuten. Und vor ein paar Minuten ist das Osterfeuer angegangen. Man riecht es hier überall und sieht es auch. Wir haben jetzt nur das Nötigste eingekauft. Trotzdem 60 Euro weg. Unglaublich ernst. Weil Niki hat so eine Leuchte für ihr Fahrrad gekauft. Ach ja, stimmt. Also, wenn sie dieses Jahr nicht mindestens 100 Mal mit dem Fahrrad gefahren ist, dann müssen wir sie bestrafen. Dann werde ich sie wieder pranken. Nein, von meinem Fahrrad, da war die Fahrradleuchte so ein bisschen kaputt. Und jetzt gab es da eine mit Batterie und so. Und die hat 97 Euro gekostet bei Aldi. Und dann dachte ich mir, das geht eigentlich. Genau, das Wetter hält sich eigentlich ganz gut. Also heute Mittag dachte ich mir, oh mein Gott, ich gehe auf keinen Fall zum Osterfeuer. Und jetzt denke ich mir so, okay. Also die Katzen schlafen noch. Meine Eltern gucken ab und zu mal vorbei, glaube ich. Und dann dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir haben sie jetzt auch nicht extra eingesperrt. Ja, mein neues Auto. Mein neues Auto. Warte. Ja, lustig. War ein Dreisitzer. Ein Dreisitzer. Genau, wir gehen jetzt, was ist das Mofa? Mofa zulassen normal. Okay. So, wir gehen jetzt jedenfalls, wir lassen die Einkäufe im Auto. Es ist ja jetzt nicht warm oder so, deswegen schmilzen die nicht. Und gehen mal zum Osterfeuer. Mal gucken, ob das das wird. Also da qualmt es, also so richtig brennt es noch nicht. Und der Rauch zieht hier voll her. Ich kriege jetzt schon eine Rauchvergiftung. Habe ich gerade schon gehört? Vielleicht würde ich über die Bahn gehen jetzt. Ja, ja, ich würde auch über die Bahn gehen. Ja, dann kommen wir mal hin. Na ja, auf jeden Fall sitzen wir hier in so einem, stehen wir hier mitten im, auf der Wiese. Und ich weiß nicht, ob es nachher, meinst du, ich würde nicht, ob wir dann überhaupt hier wieder rauskommen. Aber das werden wir euch dann schon zeigen. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen und es ist schon spät. Es ist schon 20.53 Uhr, aber die Katzen haben nichts angestellt. Alles lieb, die saßen ganz lieb in dem Katzenstuhl. Das ist auch ein Sofa hier. Stimmt ja gar nicht. Ja, guck's da an. Was haben die denn auf dem Sofa gemacht? Ja, das ist voll gut bei Katzen. Erzähl doch nicht so einen Scheiß. Ich dachte schon. Oh, du bist richtig kalt, Liebling. Wir waren hier auf dem Osterfeuer, war richtig schön. Balm. Wir waren beim Osterfeuer. Sorry. Wir waren ja vorhin noch einkaufen. Eigentlich wollte ich heute noch nie Eier färben. Ich habe sogar schon die Farbe rausgesucht. Aber es ist jetzt einfach schon zu spät. Und ich habe, also mir tut es auch total leid, dass wir das so verpasst haben. Aber irgendwie waren die letzten Tage alle so, ich weiß auch nicht, ich wollte jetzt auch nicht eine Woche vorher Ostereier färben. Deswegen, keine Ahnung, wir haben jetzt einfach schon mal gefärbte Ostereier gekauft. Ist ein bisschen blöd, aber ich meine, besser als gar nichts. Sind die hier? Die sind in einer anderen Tüte. Ich überlege gerade, zeige ich euch das so oder zeige ich das? Ich glaube, ich mache so einen kleinen Mini-Haul noch extra. Ja, Koya holt mir gleich mal die Sachen hoch. Achso, ich dachte, jetzt sind die mitgekommen. Nee. War mir zu schwer. Achso, die Katzen, ja genau. Die haben ja nichts angestellt oder so. Und ich habe sie eben gerade nochmal gefüttert, weil das Futter war leer. Hallo. Da sind sie. So, wir müssen ein bisschen heller stellen, ne? Bitte Tür öffnen. Warte mal. So, ich habe es gerade ganz hell eingestellt. Unser Essen. Boah, guck mal, das sieht voll hell aus gerade. Das war ich nur, ich habe es eingestellt hier. Auf jeden Fall, jetzt sind die Katzen schon wieder weg. Die sitzt schon wieder im Katzenklo. Keine Ahnung, warum die da so gerne drinne liegen, aber richtig gemacht haben sie, glaube ich, auch noch nicht. Muss ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall ist hier keine Pfütze oder so. Schauen wir mal. So, die Kinder schlafen heute oben. Also Ben ja sowieso und Mia wollte unbedingt auch oben schlafen. Die hat gestern auch schon umgeschlafen. Sie will nicht alleine in ihrem Zimmer schlafen. Sie hat einfach Angst. Ich hoffe, das ist einfach nur so eine Phase, aber irgendwie, ja, will sie das einfach nicht. Morgen ist ja Ostersonntag und deswegen habe ich gerade hier so ein paar Eier versteckt. Ein paar kleine Süßigkeiten und ein paar Eier, die wir leider nicht gefärbt haben. Aber immerhin ein paar Eier versteckt. Und es gibt auch noch ein großes Geschenk und zwar eine Schaukel. Das werdet ihr aber morgen alles sehen. Wir werden euch das morgen zeigen. Auch was Mia zu Ostern bekommen hat. Und ich will nur nochmal sagen zum Thema Ostergeschenke. Da gibt es ja immer, oder allgemein Geschenke und so. Da gibt es ja immer mehrere Meinungen. Und ist ja auch gut so. Ich finde es sehr schwer, immer so den Mittel oder den richtigen Weg zu finden. Dann schenke ich zum Beispiel, jetzt denke ich mir, ist das vielleicht zu wenig Süßigkeiten. Andersrum, sie wird so viel Süßigkeiten auch bei meinen Eltern kriegen. Meine Eltern überholfen sie immer mit Süßigkeiten. Oder die beiden Kinder eigentlich. Was auch gut ist, es sind Oma und Opa und die dürfen das machen. Oma und Opa dürfen immer alles machen. Aber, ja, ich weiß halt nicht. Ich finde, also man macht es nie richtig. Viele finden es zu viel, viele finden es zu wenig. Viele denken wahrscheinlich auch, warum schenken wir denen eine Schaukel zu Ostern. Ich darf nicht so laut sprechen. Und da denke ich mir halt auch so, ja, eigentlich haben so richtige Geschenke nichts bei Ostern zu suchen, meiner Meinung nach. Aber diese Schaukel wünscht sich mir halt schon total lange. Und wir haben die halt bei Lidl gesehen und die war halt im Angebot. Und da denke ich mir halt so, ja, ob wir ihr die jetzt einfach so zwischendrin kaufen. Oder wir warten einfach nochmal zwei Wochen und schenken ihr die zu Ostern. Dann fand ich dann Ostern halt doch schon besser. Aber ich wäre jetzt nicht losgegangen und hätte extra so ein Geschenk gekauft. Aber dadurch, dass wir durch Zufall und durch Jahreszeit passen, weil wir können ja jetzt auch natürlich warten, bis Herbst ist und ihr Geburtstag ist. Das ist halt irgendwie auch doof. Und so für zwischendrin finde ich es halt irgendwie zu viel. Und deswegen gibt es das jetzt zu Ostern. Nur falls ihr euch fragt, warum hier eine Schaukel zu Ostern kommt. Eigentlich hat das dann nichts zu suchen, aber war halt Zufall. Ich werde jetzt noch hochgehen und werde mir die Katzen schnappen und werde mit denen ein bisschen kuscheln. Die sind gar nicht so, dass sie jetzt zu uns kommen. Also sie sind sehr zurückgezogen noch und kuscheln sehr viel mit sich selber und so. Also die fauchen jetzt nicht, wenn wir sie anfassen, aber die sind halt noch so, weiß ich auch nicht. Lasst uns in Ruhe. Und wir wollen einfach ein bisschen mit denen kuscheln. Also wenn man die dann auf dem Arm hat, kuscheln die halt auch sehr viel. Aber so selber hinkommen, machen sie halt noch nicht. Wahrscheinlich, weil sie uns ja noch nicht kennen. Genau. Und deswegen wollte ich mir die jetzt schnappen, ein bisschen kuscheln. Wir wollten eigentlich heute auch noch live kommen, aber jetzt ist es schon 20 nach 9. Und ich möchte halt nicht so auf Krampf live kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte aber auch Spaß haben und möchte es in Ruhe machen und nicht so auf Krampf. Und jetzt sind noch die Kinder quasi oben und da können wir auch nicht so laut sein. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch für heute. Und wir sehen uns morgen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Genau. Also bis morgen. Tschüss.